Im heutigen Video schauen wir uns ein Gadget an, das so ausschaut und ich zeige euch weshalb, dass das so cool ist. Es geht heute um das Sateshi Dock 5 und somit herzlich willkommen hier im Bewegtbild-Account von Pokipsi Network. Ich würde sagen, zuallererst packen wir das Teil mal aus und schauen, was alles mit dabei ist. Wir sehen uns gleich wieder. Jetzt geht's runter. Sateshi typisch, vorne der Brand, unten der Name, das Produkt selber und dann die Hauptfeatures, wie eben USB-C, USB-A, 70 Watt Gesamtleistung. Hinten findest du dann Produktfotos, wie du das Ganze einsetzen könntest. Und jetzt würde ich sagen, packen wir das Ganze mal aus und schauen, was drin ist. Gut, wir wissen es, aber dennoch immer wieder spannend zu sehen, wie der jeweilige Hersteller das Ganze verpackt. Hier ein bisschen widerspenstig. Was schon sehr sympathisch ist, dass kein Kunststoff zum Einsatz kommt, sondern hier Karton. Innen drin einen schwarzen Karton, den öffnen wir auch kurz, zum Glück nicht verklebt. Und dann haben wir hier eine kleine Kiste. Ich nehme mal an, da ist Kabel drin und dann das Dock selbst. Unten drin noch eine Bedienungsanleitung. Ich glaube aber, das brauchen wir nicht. Kurz vom Sack befreien. Ich glaube, auf das könnte man auch noch verzichten. Dann wäre es noch ein bisschen umweltfreundlicher, aber ansonsten wirklich schön verpackt. Und hier, wie immer bei Sateshi, Kabelband mit dabei. Ich liebe das. Da gibt es Ordnung. Oder damit gibt es Ordnung, würde ich doch behaupten. Das Dock selber, einfach verarbeitet. Es ist als Kunststoff, oben drauf Silikon. Es hat ein bisschen ein Gewicht, was auch sein muss, weil man möchte ja, dass auch dann die Tablets die drinstehen und das Smartphone stabil ist. Hier beim Plus ist der Wireless Part und der Silikonüberzug. Aber das schauen wir uns nachher noch ein bisschen genauer an. Unten Lüftungsschlitze, falls es mal ein bisschen wärmer sein sollte. Hinten der Stromanschluss, Mickey Mouse. Dann die zweimal USB-C, 20 Watt. Die zweimal USB-A, Fast Charging und der Brand. Und natürlich die Gummifüsschen, damit das Ganze auch schön stabil auf dem Tisch oder dem Sideboard oder wo es auch immer platziert hinkommt. Voila, Kopfhörer gleich aufladen. Natürlich aber erst mal an Strom. Und jetzt würde ich sagen, was haben wir noch? Natürlich, ein Smartphone lässt sich auch aufladen, wenn es dann Wireless Charging fähig wäre. Das hier jetzt als Beispiel nicht, aber nur hier zu Demo-Zwecken, wie man so schön sagt. Und dann eben das kurze Kabel. Aber ich würde sagen, das schauen wir uns nachher auch ein bisschen genauer an. Denn hier ist ja wirklich nur das Kabel drin. Unsere Familie wächst stetig. Nicht in der Anzahl, sondern eher im Bereich des Alters der Kinder. Und somit haben mittlerweile die grossen beiden eigene Smartphones. Es sind Tablets da, die geladen werden müssen. Und die befinden sich im Normalfall am Abend immer an einer zentralen Stelle, wo sie eben geladen werden. Bis jetzt haben wir dafür unterschiedliche Lösungen gehabt. Wir hatten mal was ähnliches, wo man die Dinge reinstellen konnte. Das war dann aber zu leicht, weil die Geräte immer grösser wurden. Und in der letzten Zeit lag das einfach immer ein bisschen, ja nicht wild herum, aber einigermassen sortiert, nicht ganz so strukturiert am Ort. Und da bin ich auf das Sateshi Doc 5 aufmerksam geworden, dass doch deutlich mehr Leistung, vor allem heutzutage, wo iPads, die grossen iPads und auch andere Tablets, grosse Mengen und schnelle Mengen an Strom saufen können, um sich schneller mit Strom zu versorgen, aber das auch Smartphones können. Mittlerweile gibt es eben auch viele USB-C Geräte und da möchte man das Ganze doch ein bisschen sortierter und strukturierter haben. Plus natürlich, Wireless Charging kann für das eine oder andere Gerät auch das Richtige sein. Wie zum Beispiel Kopfhörer, die legt man dann einfach hier drauf und schon werden sie geladen. Mittlerweile haben alle unsere Kinder Kopfhörer, die über Wireless Charging geladen werden. Die wird durch den Tag oder in der Nacht mal kurz hier drauf gelegt und das Gerät ist wieder mit Strom versorgt. Der einzige Wermutstropfen an diesem Gerät ist, dass die Kabel, die man hier nutzen könnte, nicht mitgeliefert werden. Ja, ich verstehe es natürlich, Sateshi weiss nicht, was du hier für Geräte anhängst. Sind es nur iPhones, sind es Android-Smartphones, sind es keine Ahnung was für Geräte, die dann unterschiedliche Kabel benötigen. Aber so zwei, drei USB-C auf USB-C Kabel wäre natürlich nicht verkehr gewesen. Was Sateshi aber hat, sind kurze und einfache Kabel. Hier in diesem Fall ist es ein USB-C auf Lightning-Kabel, das man einfach hier auf der Seite einstecken kann und dann zum Gerät führen kann. Und ich hoffe, ihr seht das hier. Kurzer Weg, sehr, sehr praktisch. Ihr müsst hier nicht das Standard-Kabel verwenden, was da ziemlich viel Kabelsalat verbringt. Natürlich, auch das muss man zuerst kaufen, die sind nicht günstig. Die gibt es aber auch von anderen Herstellern in günstiger. Hier schaut einfach bitte darauf, dass ihr qualitativ gute Kabel habt und kauft nicht irgendwelchen Chinaschrott von irgendwelchen komischen Händlern auf irgendwelchen komischen Internetplattformen in diesen Asien zusammen. Schaut da wirklich auf die Qualität. Denn zum einen möchtet ihr ja, dass der ganze Strom, der hier rauskommt, auch wirklich durch das Kabel in das Gerät geliefert werden kann. Aber ihr möchtet natürlich auch nicht irgendwie mal plötzlich Kabelbrand haben oder solche Geschichten. Deshalb immer ein bisschen auf die Qualität achten und halt vielleicht ein bisschen länger sparen, aber dann die richtigen Kabel kaufen. Denn sind wir mal ehrlich, man kann natürlich hier auch mit den normalen, standardmässigen von Apple, von Huawei, von Oppo, was auch immer, mitgelieferten Kabel hantieren. Dann ist es nicht mehr ganz so wie auf den Produktfotos mit den kurzen Kabeln, aber man hat den Ladeeffekt genauso und das Kabel will ja auch genutzt werden. Aber das Schöne ist, wenn ihr ein kurzes Kabel habt, könnt ihr das Kabel irgendwo in eine Tasche packen, in eine Jacke, wo auch immer, damit ihr auch unterwegs immer das passende Kabel mit dabei habt. Insgesamt habt ihr hier eine Ladeleistung von 70 Watt über die ganzen Ports, die hier verbaut sind. Die beiden USB-C Power Delivery können maximal 20 Watt liefern. Das USB-A, die beiden, wo sind sie hier, die beiden USB-A Ports, auch hier 20 Watt können sie liefern. Und der Wireless Charging Port macht 10 Watt. Also je nachdem, was ihr da für Geräte habt, laden die normal und oder halt in verminderter Geschwindigkeit. Praktisch ist natürlich hier vorne die LED. Wenn die stört, hier könnt ihr sicherlich mit einem Edding-Marker das Ganze ein bisschen überstreichen oder ein Pflaster drüber machen und das mit einem Edding anpassen. Dann zerstört ihr hier das Kunststoff nicht und malt da nicht drauf rum. Also hier kann man auch entgegenwirken. Kommt natürlich immer darauf an, wo das steht. Wenn es direkt am Nachbett steht, kann die LED nerven. Sie ist nicht hell, aber sie kann natürlich nerven. Sehr praktisch finde ich übrigens hier diesen Silikonaufsatz, damit das Ganze, was ihr hier reinstellt, seines Tablets, seines Smartphones, nicht zerkratzt werden oder sonst irgendwie Schaden davontragen. So wie es ausschaut, hier sind so Noppen drin, kann ich das auch abnehmen. Ja, genau. Und dann einigermassen besser reinigen, gut trocknen und wieder draufstecken. Also somit sollte da mal ein bisschen nichts mehr so gut ausschauen, könnt ihr das Ganze natürlich dann auch reinigen. Soviel zu dem Dock 5 von Sateshi. Unten ja noch diese Gumminoppen, damit das Ganze auch gut auf der Oberfläche sitzt. Solltet ihr noch weitere Fragen zum Produkt haben, schreibt es bitte unten in die Kommentare. Ich würde mich auch freuen über eine Mail oder über Social Media. Auch da werde ich auf die Fragen eingehen. In diesem Sinne, sagt weiter oder empfehlt das Video weiter, den Kanal, wenn ihr mögt. Abonniert ihn, klickt auf die Glocke und dann freue ich mich, wenn wir uns wiedersehen beim nächsten Gadget. Bis dann, euer Pogipsi. Tschüss.